Heute spielen wir eine kleine Runde Among Us, natürlich mit den üblichen Verdächtigen und auch Enlen und Nagy ist mit dabei. Die Regeln sind ganz einfach, wir sprechen nur, wenn wir sprechen dürfen und das ist nur in den Diskussionsrunden. Und wir dürfen selbst auch verlegt nur zweimal, also einmal Oxy und einmal Reaktor sabotieren. Pro Runde, pro Imposter natürlich. Viel Spass mit den detektivischen Künsten meinerseits und den absoluten stümperhaften Impostoren auf der anderen Seite. Telefonklingel ich habe den adm gefunden in admin aber ich weiß nicht wer es war ich habe niemanden gesehen das kann ich auch bestätigen hatte ich erst abgebogen zuerst in med bin ich vorbeigelaufen dann da musste ich auch hin und er ist dann hinten im maschinenraum gewesen ja bin runter electric habe ich nur vorbeigelassen ja wir sind zuerst mit elti und nagy nach links rüber und ich war im reaktor und bin jetzt gerade auch richtung storage war wann war es beim solchen welche aufgabe vor allem ich war mit mit elti bin ich runtergelaufen und bin dann zu storage rübergegangen weil ich gerade durch zoll durchgelaufen bevor ich zu arbeiten hochgelaufen und ich habe niemanden in storage gesehen ja und vor allem storage ist direkt von kapitel hier nach unten ich habe auf jemanden dort gesehen ja ja welche aufgaben hast du denn in storage gemacht ja jetzt wird schwierig oder wie kann ich noch nicht diesen die möchten sie button drücken oder wo sind der wusste auf dem großen tisch auf dem großen tisch ja da ist es dir jetzt eingefallen oder ja erst mal eben gegoogelt was gibt es denn bei storage was man machen kann ich war mir noch nicht sicher weil ich bin auf das ergebnis jetzt gespannt sehr gut also nur noch ein imposter wissen wir nicht das war team das war team gut So, ich möchte nur sagen, ja? Ja, der Alarm ist losgegangen, ich war gerade am Downloaden im Admin. Chism ist reingekommen, hat sich null um den Reaktor gestellt, hat wahrscheinlich eine Aufgabe angefangen, denke ich mal, ich habe es nicht beobachtet. Ja, ich habe den Upload gemacht. Dann habe ich den Upload fertig gemacht, bin losgerannt, Richtung Reaktor, wer kommt mir von der Cafeterie entgegen? Herr Prime. Also in die völlig andere Richtung läuft Herr Prime. Oh, das ist gelogen. Ich habe nämlich dich und Chism beobachtet, dass keiner den anderen absticht, während der Admin da in dieser einen Konsole satte. Du kamst mir erst in die Cafeterie entgegen. Ich bin nach unten durch Storage gelaufen, in den unteren Reaktor. Du bist nach oben hingelaufen, mein Freund. Ich habe dich genau gesehen. Also entweder hast du ein beschissenes Gedächtnis oder du bist ein elendiger Impaster. Du bist mir aber erst in die Cafeterie begegnet, also kannst du mich und Chism nicht beobachtet haben. Ich stand... Aber Sharky hätte mich in Admin auch locker wegmachen können. Ja, ich weiß. Ich habe euch beide beobachtet. Zuerst kam nämlich Sharky und dann kam Chism rein. Und der war beide da, oder umgekehrt, er war beide an dieser scheiß Konsole. Dann ging der Alarm los. Sharky hat fünf Sekunden gewartet, bevor er losgelaufen ist. Ja, ich habe meinen Test fertig gemacht. Genau, ich bin nach links rausgelaufen und ist da an mir vorbei. Die Cafeterie ist übrigens nicht der Gang, sondern das davor. Und dann habe ich noch gewartet, ob Chism losläuft und dann bin ich nach Storage runtergelaufen in den anderen Reaktor. Nur so nebenbei. Das ist aber ganz schön der Umweg. Ja, ich weiß ja nicht, wo das Ding ist. Außerdem hat Enlin, muss was gemacht haben, Elty oder Litchi. Nein, ich war zu spät. Dann hat Litchi und Elty. Ich war ja im Reaktor, Litchi... Ich habe Litchi schlecht dahin gelaufen und ich bin nach unten gelaufen. Wir beide haben den Reaktor entriegelt oder verriegelt oder... Ja, ich war zu spät, ich war zu spät, ja. So, und als wir rausgelaufen sind, wir kamen noch Enlin und Sharky kamen noch um die Ecke. Aber Chism und Prime waren nicht da. So ist es ja. Die Frage ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Chism zuerst an der Tafel stand oder ob Sharky zuerst an der Tafel stand, weil einer hat gefaked. Nee, ich wollte es nur sagen, ich wollte es euch nur sagen als Info. Ich habe es ruhig nur als Info gesteckt. Ich habe es nur sagen, ich wollte es euch nur sagen, wenn ich euch auch nicht mehr erinnern... Alles klar. Telefonklingel Oh mein Gott Was ist los? LT, möchtest du uns was sagen? Nein, nicht so Was soll die sagen? LT, möchtest du uns was sagen? Nein, was soll die sagen? Du standest bei Admin Hier dieses Karten durchziehen Stehst da ewig Ich habe erst die Kabel verbunden Dann bin ich zu dir gelaufen Habe die Karte da durchgezogen Du stehst immer noch da Und als ich gerade fällig bin Geht der Alarm los Ich laufe hoch Und fix in Admin das Oxy Du stehst da immer noch Läufst ein bisschen hin und her Und läufst dann nach links raus Als du gesehen hast, dass da jemand vorbeigelaufen ist Ich habe ihn hochgelaufen Habe ihn stehen sehen und bin rübergelaufen Also ich habe Oxy oben gefixt Und jetzt kommt Ich kann niemanden verdächtigen Aber Endin hat sich sehr komisch verhalten Endin war mit mir oben bei Oxy Ja, und jetzt habe ich gesehen, dass du oben bist Deswegen bin ich runtergelaufen Achso Es sind ja zwei Oxy-Packen Ja, das war halt ein bisschen komisch Dass du einfach weggelaufen bist Weißt du? Das war halt so Ja, weil es zwei Busschen für das Schakel Wenn wir beide eines drücken Glaube ich dir, Endin Glaube ich dir Ich wollte es nur hören von ihr Aus deinem Mund Okay Also ich finde L.T. ein bisschen verdächtig Sollten wir vielleicht im Auge behalten Ja, Prime und L.T. vielleicht Ja, aber Sharky Nee, Nagy ist ja schon weg Nagy war es ja schon Du warst schon einer davon Nagy war definitiv Ich sehe nie, dass L.T. was macht Wo ist ein L.T.? Habe ich auch nicht gesehen L.T. war auf der Cafeteria Kann mal jemand bitte L.T. beobachten? Ich skippe, aber ich habe so einen Verdacht Das sieht man nie, was L.T. macht Ja, da bist du halt immer verkehrt Was soll ich machen? Dann 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hab den Sharky in Cafeteria gefunden. What the fuck, wer war jetzt mit mir in Electrical eingesperrt? Wir waren zu viert. Ja, ich war das. Ich und die Ferti, oder? Prime, meine Wenigkeit und du, ja. Und eben war ich mit Prime im Storage eingesperrt. Ja. Okay, wir machen jetzt mal die Türen hier lustig. Aber ich weiß nicht, woher du gekommen bist. Ich bin von Electric gekommen. Ich auch. Da war doch nochmal das Licht aus. Ja. Da warst du ja nochmal und Endlin war noch da, ne? Ja, ich war selbst drin. Dann kam Prime dazu und dann weiß ich nicht, wer dann dazu kam. Aber wir waren dann zu viel reingesperrt. Ja, ich war mit euch in Electrical eingesperrt. Das war ja, das war ja, oh ja. Dann bin ich rausgelaufen und dann sind wir ja alle mehr oder weniger rausgelaufen, als entsperrt war. Dann habe ich im Storage Kabel repariert und dann kam dieses Licht aus Alarm. Dann bin ich wieder zu Electrical. Da warst Endlin und Chisholm, glaube ich, schon dran, ne? Oder warst Litchi, glaube ich. Nein, ich war nicht mehr drin, wo Licht aus war. Ich bin zu den Kameras gelaufen. Litchi war da auf jeden Fall drin und noch irgendwer war da drin. Ich habe nämlich keine Aufgaben mehr. So, dann bin ich wieder rüber in Storage, weil ich durch Storage durch musste und dann waren die Türen plötzlich zu und ich war da mit Prime eingesperrt. Also, nichts für Ungut. Litchi ist nicht nur Leise, sondern Litchi ist der, den ich am wenigsten gesehen habe und von all jenen könnte er Scharke am leichtesten umgebracht haben, weil Scharke war auch nie da, wo ich bin, aber es war Elty und Endlin war da und Schiessen. Zumindest Electric. Und Elty habe ich auch zuletzt gesehen. Ob jetzt Elty Scharke erledigt hat und dann nach unten gekommen ist, kann ich nicht sagen. Aber Litchi ist, der ist mir am suspektesten. Mir auch, der sagt auch so gar nichts, ne? Geh mal, vote mal für Litchi ab. Ja, dann vote mal für Litchi. Ja, das ist natürlich eine einfache Erklärung, dann einfach zu sagen, nur weil ich jetzt gar nicht bei dir bin, dass das dann so ist, dass ich das jetzt sagen muss. Du bist nie da und überall sterben die Leute. Also, Elty sagt, glaube ich, er ist jemand, der mit mir im Electrical eingesperrt war. Ja, Elty ist ja auch noch. Ich schiebe Prime auch nicht aus. Elty ist ja auch immer wieder zurückgekommen. Ich wollte nicht den Scharke gegrillt haben, wenn ich gerade den Alarm gemacht habe, finde ich ein bisschen sehr unfair. Herr Prime, dafür kriegst du eine Worte zurück. Wow. Fuck. Wer war denn der Zweite? Ja, Nagi. Nagi. Ah, nice. Sehr gut, ja. Stimmt, genau. Am Anfang hat es sich verraten. Niederbayer. Niederbayer. Aber das war keine gute Weise. Doch, natürlich. Überall wo Litchis sterben die Leute. Nicht geschehen, nicht geschehen. Da sterben die Leute überall. Ja, genau.